Zu verdammt heiß! Da oben leer? Weiß ich nicht, Hund, Wolf, Coyote, irgendwas willst du wohl sein? Da ist ein Bauer. Sollten wir dem Hund vielleicht folgen? Erstmal gucken wir, was da oben ist. Todes Tier. Hast du einen Hasen gefangen oder sowas? Ja, oh, er hat einen Hasen gerissen. Bisschen schlecht texturiert, ne? Verdammt. Dieses Ort freut mich aus. Fälle haben sie drauf gemacht, aber ich guck mal, er ist ja da vorne in diesem Bau geflüchtet. Jetzt fähre ich das nicht wieder. Ich glaube, hier irgendwo war der. Kann ich da hingehen? Totenkopf? Hallo, fellow traveler. Könnt ihr mitnehmen? Warum? Warum? Oh, es gibt ein Achievement dafür. Gut, in den Bau können wir jetzt nicht rein, okay. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir zurück auf die Straße. LKW, LKW, wer nimmt er uns mit? Oh, der ist nett, vielleicht will er mich mitnehmen. Und vielleicht will er mich auch vergewaltigen. Mal sehen, was er will. Ihr kennt das Gesetz der Straße. Ich weiß nicht, in welchem Film war das normal? Das Buch der Straße? Oh, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls muss die Fahrer immer einen blasen. Ja, ich bin doch schon da. Hey. Hey. Es ist zu verdammt hart, zu gehen. Ja. Danke. Es ist schön eingerichtet, wahrscheinlich eine Frau zu haben oder eine Tochter. Er lebt von Cola und Bohnen und Schokolade. Hier wurde verprügelt. Ich bin ein paar Arschlösen. Ich bin ein paar Arschlösen. Ich habe mich für keinen Grund. Ah, ich sehe. Es passiert viel hier. Hey Anton, sind Sie da? Alles gut? Ja, was geht's? Das GPS sagt mir, dass du in der Mitte des Nichts gefahren bist. Ich wollte nur wissen, was passiert. Ich habe... Ich musste eine Schuss-Stopp machen. Over. Ja, viel Informationen, aber... 10-4. Du sagst Nummer 2. Du hast mir ein Bier für das. Over und weg. Vielleicht! Ich habe mich nicht so verraten, ob ich das Hitsch-Hit-Lawke hätte. Die Unterkunft in der Mitte der Mitte des Nichts gefahren bin. Wenn du dich gekriegst, hätte ich in der Mitte des Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch-Hitsch. Mmh, klar. Scheint er netter zu sein. Da kann ich es bestimmt da rauslassen, müssen wir eine Stunde mit ihm verbringen. Ich bin ein Schraub, wenn du willst. Du musst nicht wundern, um zu sein. Hey, keine Angst, Kind. Ich bin kein Schein. Der ist nett, außer wenn wir gleich im Schlaf vergewaltigen! Aber glaube ich nicht! Kann ich jetzt schlafen oder was? Können wir noch 22 Meilen in das Casino? Nicht weitergefahren wahrscheinlich. Hat hier wahrscheinlich nur die gleiche Map genommen für diese Animation jetzt, für das Video. So, wir sind jetzt hier in Haven Point. Was immer das heißt? Das weiß man wohl nur, weil man in Amerika wohnt? 10-4. So, eine Kirche. Vielleicht können die uns helfen. Mit Spielplatz. Oh, fröhliche Ostern. Also, zu Weihnachten haben das Spiel angefangen, glaube ich. Und jetzt ist schon Ostern. So, können wir uns das mal angucken. Hier ist nichts. Wir müssen wohl in die Kirche gehen. Vielleicht sind sie einfach nur bekloppte Spinner, die irgendeiner Sekte angehören. Oh, meint das Kind. Okay. Uh, hello there. Is everything all right? Yeah, yeah. Um, don't worry. Erstmal, ich suche nach ihm. Neues Wunder? Wie das Daniel jetzt das neue Wunder ist? Wie das? Das Pohre kleine Mädchen. Ihr Schmuck ist wirklich schlecht. Ihr Vater sieht ein bisschen... ...spacig. Aber er war schön. Hmm... Hier müssen noch Kinder sein. Huh. Wollen wir ins Fenster gucken? Was haben wir hier? Erstmal gucken wir uns hier um. Vielleicht finden wir irgendwas. Hinter Tür? So weird to picture Daniel out here. Und Schuppen. Ich glaube, hier geht nichts. Überliegen die kleinen Figuren. Picknick Tische. Ich wundere, wie viele Leute kommen und durch dieses Ort gehen. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen mal durch die Hintertür. Das macht nicht jeder. Vielleicht bringt es irgendwas. Was? Okay, sieht zu. Scheiße. Es ist vielleicht doch eine Sekte. Neville. Kann mal rein in die gute Stube. Oh, keine Filmaufnahmen sind gestattet. Oh, ich fühle das kaltes Luft. Oh, danke Gott für den AC. Wir sind in Probleme. Kannst du es fühlen? Wir können einen Anstecker nehmen da unten, glaube ich. Hey, es ist für Charity. Ich. Können wir was trinken? Nein, können wir nicht. Klingeln ins Klo gehen. Können wir vielleicht ein bisschen frisch machen. Einfach das Gesicht waschen. Kacken gehen. Ich habe übrigens Burger Patty in den Ofen geschmissen. Also nach dieser Folge werde ich erstmal was essen, glaube ich. So, wir sind ein bisschen wasch. Äh, ein bisschen sauber. Das ist besser als nichts. Ich glaube. So. Klo können wir nicht benutzen. Wie will es hier rausgehen? Wollen wir Geld schlauen? Ich weiß nicht, wie die Donatoren für das alles bezahlen können. Aber erinnert. Ein Serpent. Wollen wir das? Ein schönes falsches Lachen. Unser König. Genau. Dann behalte es dir selbst. Das Zeug Jehovas. So, dann mal rein jetzt hier. Mal gucken, was uns da erwartet. Für seltsame Leute. Sprich jetzt! Oh, I feel your Holy Spirit. I want to hear your story. Let me come to you. Brothers and sisters. Oh, my brothers and sisters. Darf er nicht rein? Will er nicht rein? Oh, shit. I will draw too much attention. Better try upstairs. So I am not the only one. Amen to that. honey are on the wall. Authentic's Falsed. Faith. We hear that word a lot. But faith is not just a word, my brothers and sisters. Oh no. So, was ist Faith? Erinnern, Luke 18, 27. Was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Mit dieser rechtlichen Faith kommt die Salvation von deinen Seelen. So, die Leute sind mir immer etwas suspekt, die so fanatisch an Gott glauben oder an irgendein anderes höheres Wesen, ist nichts für mich. Wobei, ich war früher Messdiener, aber da war ich jung und leicht beeinflussbar. Hat dieser komische Gläubige aus dem Cannabis-Camp mitgenommen? War das Jacob? Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gar nicht mehr im Auge, wer Jacob war, aber das könnte ja gewesen sein. Da war ja ein so ein Gläubiger, ne? Oh nein, Daniel ist ein Spielzeug einer Sekte. Halleluja! Do you have faith in his power? Do you have faith in me? Then please, welcome our newest member and our latest miracle, the angel Daniel! Praise you, Dave! Oh halleluja, Christ Jesus! Oh mein Gott! Wie er aussieht, er wie geleckt. Amen! Hier ist Daniel. Oh praise be, Daniel. The prophet who was thrown to the lions by false prophets. But God saved Daniel so he could do his work. Hallelujah! Yes, Daniel was brought to me to deliver us. Praise be. ...to guide us from the wilderness to our destiny. Now Daniel will reveal the true power of the Lord. Smucker? I can't believe it. Oh, cool. How symbolic that is. Behold this miracle! Thank you, Daniel. Believe! What? I can't believe in him you see it. It's too good. Feel your soul rising like the cross. Bless you, Daniel. Rise. I can't believe it. Stand up. I can't believe it. Daniel's been touched by God. Oh, it's a miracle. I can't believe it. Jesus, you're amazing. Thank you, Daniel. Oh, my God. Thank you. Good to be with you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. With your own eyes. Thank you. Our flock Keeps growing I see more And more new faces But this Is only the beginning You must spread The word Bear witness to this miracle Thank you So much for coming And God bless All of you Amen Amen Talk to me outside Bless you for coming today Hi Hi Das Mädchen mit dem Husten Hi I saw you out in that parking lot earlier Yep That was me I like to be here too We can see the whole room And it's where a reverend mother teaches us classes Whoa You okay? Need some water? No Sorry I'm just kind of sick Oh that sucks That's too bad Hey What happened to your eye? Well That's a long story That's okay My name is Sarah Lee What's yours? Hello Sarah Lee My name is Sean Good to meet you By the way Can I ask you something? You are Daniel's brother? Really? He's always talking about you Hey Not too loud Yes I'm Daniel's brother But I need some help The reverend mother says we always have to help our neighbor What do you need? What is this for a place? What is this for a place? Bring me to Daniel Who is your pastor? The man has seen What is this for a place? What is this place? This is our home Our church and community The reverend mother says we were all chosen by God Who is this reverend? You don't know her? That's our mother Lisbeth She was blessed by the hand of God when she was my age She can't ever sin The Lord guides her Okay What is Daniel doing here? He's our miracle And the Lord brought him right to our reverend mother I like him He's really kind and funny We play together all the time Okay Dann bring ich mich mal zu Daniel So Can you take me to Daniel? Oh yes He's gonna be so happy when he sees you He missed you so much for his birthday It will be like a late surprise So Spiel ist gespeichert Können jetzt gleich mal die Folge beenden, wenn wir wollen Können noch was essen draußen Hm? Hmm Daniel, you're the living proof of their faith And mine I know you understand I guess I mean Sean? Oh my Sean! You came back! I knew it! You've grown up and I know Do I look older? What? What happened to your eye? Don't worry It's okay Did that happen at the farm? Because of me? I'm so sorry I'm sorry Er hat mich doch noch lieb Hätte ich jetzt nicht gedacht Ich hab dich gewarnt Nicht deine Schuld Nicht deine Schuld Forget it It wasn't your fault I should have It's okay Does it Hurt? No Not as much as your haircut Shut up It's different I kinda like it Sean I didn't want to leave you there Nothing I could do I was so scared I even thought you were dead And It's okay We're together now Yes So Are you gonna stay with us now? Huh? I We still need to go to Puerto Lobos But We don't need to We have a new home now Look One step at a time Daniel Give Sean a chance to process this I'm sure this is all So Overwhelming By the way My name is Lizbeth Fisher We all prayed For your safe return Sean You must be a believer now In our lord too Nicht wirklich Well Not really No Daniel told me But I was praying You saw the light But first I need Sarah Lee And Daniel To grab the medicine kit We have to take care of our new guest This is a place of healing Aw Let's do it later I wanna talk to him now Daniel Now Okay Reverend Mother Let's go Daniel Woah woah Hold on Well Sean It's a pleasure to meet you This is a real blessing Today You were away from Daniel For quite a while I was in a coma Of course I wasn't judging you So what is your plan Sean This is a blessed family And it would be good For Daniel to have you by his side You should know That the lord has big plans for him God or sie Mexico God or sie God I'm his family I'm his family Two young boys Are not a family Mark 3 25 If a house Is divided against itself That house cannot stand Daniel sounds more like a prisoner Than a guest It saddens me That you see things that way After everything I've done for him I know why you're scared Sean That's because your heart's full of sins I've heard about what you did in California How you pushed your brother into felony This is a terrible sin And until you make penance for it I can't accept you here What? Are you serious? I'm sorry My son I'm not Your son And Daniel isn't gonna be Your golden cow Daniel Come on Why don't we ask him What he wants to do Do not touch me What the fuck What the fuck What did you do? Nothing Enough You spilled blood In the lord's Home Sean What happened What happened What happened Are you money put it good Came in here Impure And acting like a criminal But he can be saved Daniel She's right You showed up And look what happens Like all the time I will pray for you And She's trying to manipulate you Let me lead you To the one true light That never goes out I want to be your friend You're crazy Let's get out of here Daniel I want to stay Just go There's your answer Sean We're together again So we can go Right Come on Get off me dude What Daniel Okay Ich werde aus der Kiri geschmissen Das kranke Mädchen und mein Bruder bleiben da They're not your family Stop it You just need to have faith We'll be waiting Daniel It's okay Sean Daniel Jetzt wird's ein bisschen spannend There you go Satisfied Now don't you ever come back So Können wir jetzt eine reinhauen Come on kid Don't make me do this You're not gonna win Oh Trotzdem wieder aufstehen Komm nochmal Daniel 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 You're pissing me off This is private property I have a legal right to stop any intruders Like you I just Want My brother But He Doesn't want you He was brought here And this Is where he's staying Next time I will not hesitate To use this Gut Gut Jetzt könnten wir Das FBI Anrufen Die Agentin Die will uns Wahrscheinlich helfen Daniel Hey Daniel Wäre zumindest Ein guter Zeitpunkt Dafür Den Wer ist das Karen Was ist unsere Mutter Karen war unsere Mutter Schöne Wenn dir die ist Was ist unsere Mutter Schöne Was ist unsere Mutter So Why the hell are you here? How did you find me? Well, um, I got a letter from Jacob. He said you were missing. And that Daniel needed help. I believed him. Hm, so you finally decided to check on him. You know, Sean, sooner or later, we're going to have to talk. Where are we even going? I already have a hotel room. You're going to need to rest and clean that dressing. Das war ein sehr unemotionales Wiedersehen. Ja, das ist die, glaube ich, wirklich. Oh, ein nackter Junge. Da kommt ja der Pädobär in mir raus. Gott, das darf ich nie am Thumbnail nehmen. Das sperrt die YouTube mir sofort. So, frische Klamotten wahrscheinlich für mich. So, hier beenden wir jetzt die Folge. Ich werde erstmal was essen gehen. Also Leute, macht's gut. Ich bin raus. Tschö.